So, dann bin auch ich mal wieder zurück, ich von der Arbeit. Ihr habt es schon gesehen am Titel, der Feuerbogen ist wieder zurück im Game. Ihr wisst ja selber, Fortnite ist nicht mehr so ganz mein Spiel, aber immer wieder muss ich natürlich reingucken. Und wir holen uns natürlich immer wieder die täglichen V-Bucks ab, also ab und rette die Welt, V-Bucks Missionen machen. Heute gibt es glaube ich wieder eine tägliche Mission, wo wir auch V-Bucks abholen können. Ihr seht jetzt, ich bin bei 2900 jetzt. Die V-Bucks werden immer mehr. Mal gucken, wie lange ich das Spiel wieder mache. Der Schleuderaffe meinte ich, beim letzten Mal war ich bis 15.000 V-Bucks. Mal gucken, wie weit wir diesmal kommen. Und wer Bock hat, kann gerne natürlich im Livestream vorbeischauen. Einfach Kart 8.6. Aber nicht auf YouTube, sondern auf Twitch. Video, äh, nicht Videobeschreibung. Natürlich, der Link für den Kanal ist in der Videobeschreibung. Oder wenn ihr eh auf Twitch seid, einfach Kart 8.6. Dann zeige ich euch auch gerne, wo die V-Bucks versteckt sind. Und in dem Sinne, euch auch viel Spaß mit den neuen Bögen, beziehungsweise jetzt alten Bögen. Und in dem Sinne, haut herein!